Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, D.E.F. Und ich muss erstmal sagen, dass ich drei Wochen nicht gespielt habe, also dieses Spiel hier. Ich habe andere Sachen aufgenommen und ich dachte, es wäre eine gute Idee, erstmal ein Spiel auf Vorrat aufzunehmen, dann wenn das andere Spiel so langsam, also das andere Let's Play so langsam die Folgen ausgehen, dann das auf Vorrat aufnehmen und dann wieder beim ersten Spiel und dann wieder beim zweiten Spiel und so weiter. Ähm, ist eine kacke Idee, glaube ich, weil ich habe jetzt drei Wochen nicht mehr gespielt. Ich weiß nur noch, dass wir nach Yunon sollten, ähm, den Unterwasserreaktor, glaube ich, da irgendwie was machen. Und jetzt ist, Shinra sucht auf der ganzen Welt nach großem Materie und bringt sie nach Yunon. Wenn sie nach Yunon bringen, bedeutet das, dass sie ihre Flugzeuge benutzen. Ich habe in der Zeit letztendlich viele Shinra-Schiffe beobachtet. Also ich glaube, sie fahren zum Unterwasserreaktor, habe ich zeitletzte gesagt oder sowas. Gaston, was habe ich gesagt? Versuch Shinra etwa die größte Materie des Reaktors zu transportieren? Woher weiß die das alles? Wenn der Mitte aufsteht, werden nicht nur die Fische, sondern auch der gesamte Ozean zerstört. Ja, so ist es. Ich erinnere mich, wie Shinra-Leute vor vielen Jahren ein langes Rohr unter Wasser verlegt haben. Der Unterwasserreaktor ist durch ein Rohr mit Yunon verbunden. Und das Rohr gelangst du vielleicht zum Reaktor? Danke, dass ihr mir alle so Tipps gebt. Äh, moin. Nun bitte, den Aufzug willst du mit Zingil. Äh, na gut. Mit Zingil, Shinra-Fahrer, schnell rein mit dir. Wow. Mit Zingil. Ich dachte, wir müssen jetzt kämpfen oder so. Irgendwie hätte ich auch mit mehr Zingil vielleicht gerechnet, aber die Zingil sind ja... Äh, okay. Cloud, geht's dir gut. Weil... Oh, klub, da ist er. Äh. Ich glaube, das liegt in den Mods. Äh, okay. Speichern, wie erst mal. Gerade angefangen, direkt speichern. Äh, ich kämpfe ja mit Barrett und 13, hab ich ein bisschen vergessen, um ehrlich zu sein. Ähm, moin. Shinra-Hus, ich grüße Materie aus dem Yunon-Wasserreaktor. Wenn sie damit fertig sind, bringen sie zu diesem Flughafen. Schwinde, bevor du ihnen in die Quere kommst. Lass, ich seh's mir von hier aus an, damit ich sie auch nicht störe. Äh, okay. Näh, 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 näh. Näh, näh, näh. Will ich hier links? Okay, da... Und wieder Flughafen. Da oben ist die Kabine zum Umziehen. Ich glaube, ich muss hier links. Was ist mit dem Typen da? Äh, okay. Ich merke gerade, dass die Share-Taste hier... Ähm, mit diesem Mods... ...dass ich die Select ist. Also die Share-Taste beim Doomsense-Controller. Kann ja sein, ich turch mich, aber meint ihr nicht, uns fehlt etwas? Okay, äh... Dann sollte ich wahrscheinlich zuerst was anderes machen, ne? Oder? Ich war noch nicht bei der Rakete in Rocket Town. Äh, irgendwas soll fehlen. Ich hab aber jetzt nicht den geringsten Plan, was da fehlen soll. Deswegen geh ich noch mal zu, äh... Highwind. Und frag mal Kate Sith. Der muss ja Ahnung haben. Äh, ich glaub, das liegt echt an den... Blubb... Da ist er. Ich glaub, das liegt an den, äh... An den Mods. Dass der da so sich komisch bewegt. Wenn... Wenn da die Sachen abgelaufen wären. Wahrscheinlich, weil sie viermal abgescaled sind, die Videos. Und da kommt das Spiel nicht mehr drauf klar. Und weiß nicht, wo er Cloud hinstellen soll. Dann... Gehen wir noch mal nach Kate Sith. Ähm... Und fragen ihn, was jetzt Sache ist. Irgendwas soll fehlen. Es kommt etwas plötzlich. Sollten wir nicht versuchen, nach Yunon zu kommen? Äh... Nach Yunon, okay. Irgendwas soll fehlen. Also Cloud keine Ausreden. Auf nach Yunon, Junge. Geben wir unser bestes Cloud. Hä? Irgendwas soll fehlen. Ich freu mich, dass du wieder bei uns bist. Äh... Einer wäre halt voller Träume entfliegen. Hm. Ich freu mich wieder, bla. Äh... Sit. Ich weiß, wie schwer es ist, einfach was zu sein. Ich war selber einer. Ich vergesse immer, wer welche Materie hat. Ähm... Es heißt also anscheinend mal Yunon. Äh... Hup, hup, hup. Ich bin lange mal ein bisschen näher dran. Irgendwas fehlt, aber was soll fehlen? Meinst du nicht? Irgendwas fehlt. Aber was? Nicht Magic. Equipment. Wo ist das da? Äh... Okay. Habe ich eigentlich noch ein Schmuckband? Irgendwie? Für jemanden? Nur. Ähm... Materia? I don't get it. Irgendwas soll fehlen. Was denn bitte? Sobald ich weiß, ist Rocket Town als letztes dran. Ich möchte mich jetzt nicht irre. Ich bin ein wenig jetzt so hart verwirrt, was die von mir wollen. Ja, es liegt wirklich daran, dass die, äh... Äh... Videos... Viermal abgescaled sind, weil... Äh... Darauf kommt das Spiel nicht klar. Irgendwas fehlt. Was soll denn fehlen? Hier waren die Spinde. Dann geh ich nochmal zu den Flugzeugen. Vielleicht ist hier irgendwas... Sie... Die haben jetzt... Sie zum Flughafen gebracht. Und von dort mit... Gelnica nach Rocket Town bleibt immer wasser. Wir haben jetzt angefangen, die große Materie aus dem Unterwasserreaktor von Human zu sammeln. Irgendwas soll fehlen, aber ich verstehe nicht, was fehlen soll. Ähm... Wir haben ja wieder gesagt, dass irgendwas fehlt. Moin. Nur herein. Willkommen. Ich kann es einfach nicht glauben, ich hätte gedacht, dass ein Ungeheuer die Weapon wirklich... Wie Weapon wirklich gibt. Äh... Ich könnte noch eine Wiederbelebung kaufen, aber naja. Wir haben auch nicht wirklich Geld, sehe ich gerade. Wo ist das ganze Geld geblieben? Hab ich wahrscheinlich letztes Mal alles ausgegeben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, weil das letzte Mal einfach mal zwei Wochen her ist. Diese Schranke funktioniert nicht mehr richtig, seit die Weapon sich daran zu schaffen gemacht hat. Äh... Äh... Alles Quatsch. Ich fand die Menschen nicht sterben, ganz ehrlich. Ne, wir gehen einfach zum Unserwasserreaktor, oder? Dann hören wir auf hier rum zu langern, ich hab sowieso kein Geld für nix. Wir müssen, äh, wenn wir jetzt hier durchgehen... Na unten links sein. Äh... Äh... Moin. Also dann, zeig mir, wer... Wie hart ihr gearbeitet habt. Achtung, und los! Hey da, das... Unser Wasserreaktor kommt zurück. Ich weiß nicht... Okay. Was das gerade sollte. Okay, dann muss ich hier rein. Ich hab da vielleicht, äh... Da wohl die geschlägte Linie ist. Moin! Wer am Leben bleibt, kann ja mit ihr ausgehen. Was? Okay, aber was, wenn wir nun beide... Oh, bei sowas furchtbar nicht. Was zur Hölle? Wir sind ja ganz normale... Oder? Wir sind ja ganz normale... Wie ist das ganz normale? ... 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